Da sind sie ja, sie haben mich gefunden, weil sie Ordnung brauchen, weil sie aus ihrem Chaos raus müssen, weil sie einfach keine Lust mehr haben auf ihre Stapel. Lösen sie sie auf mit mir zusammen mit einer Methode, die nennt sich APDOC und probieren sie es einfach mit mir zusammen, sie erledigen das auch. Sie können es, denn die Methode ist so gratisch, einfach und jeder kann das. Ich denke mir, dass sie mit mir dahin kommen. Zugleich möchte ich auch noch meinen Luxus anbieten, man kann, wer APDOC hat, zertifiziert werden, denn die Methode APDOC bildet die Dokumentenlenkung der ISO ab. Das gilt für KMUs, große Firmen und für die anderen, für sie und für sie und natürlich auch für sie.